Seid gegrüßt, Freunde. Hier ist der EpiRay im Spiel Sonic Adventure DX. Wir müssen jetzt zur Brücke. Brücke, Brücke, Brücke. Hm, Kurzroboter. War ja auch schön. Brücke? Ich denke, Brücke wird das sein. Nein. Was haben wir hier? Jetzt können wir die auch betätigen. Eintritt verboten. Naja, das würde ich eigentlich überall hinhängen, wenn das Zeug da nicht reingeht. Warum nicht? So, wir müssen zur Brücke. Was haben wir hier? Nur Eintritt mit Ausweis. Okay. Irgendwann. Dann untersuchen wir halt die Tür. Können wir auch nicht rein. Nur Eintritt mit Ausweis. Und das ist... Das ist die Chaoworld, soweit ich weiß. Das Kennwort. Das könnte man sich doch eigentlich denken. Na gut. Dann gehen wir eben zur Brücke. Wenn das jetzt der richtige Weg zur Brücke ist. Akeria Adventsfield. So. Ah. Akeria Adventsfield. So. Zu spät? Arme Vogel. Da? Gamma? Was ist dein Wille, Master Robotnik? Gamma. Okay. Also, das ist Gamma. Ich zeige ihnen, was du findest. Aye, aye, Sir. Und nicht verreicht mich, oder sonst. Nun gut, wir müssen uns jetzt mit Gamma rumschlagen, wie es scheint. Okay, Gamma. Es ist bereit für den Takeoff. Oh. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Zack. Zack. Was willst du denn? Du hast eh keine Chance. Guck dir das doch mal an. Und down. Das war's schon. Nein, nein, nein. Gamma, das war nix. Das war's. Mitunter. Was nicht passiert. Das war's. Das war's. Das war's. Zerf. Ja, ich bin. Das war's. Dann nach, Amy. Ja, nie bin. Nein. Das war's. Das war's. Das war's. No gut, das war's. Okay, was auch immer du sagst. Du musst deine Reasons haben. Man findet ihn noch sehr geflüchtet. Super Idee, Sonic. Okay, jetzt ist E-102 spielbereit. Du bist E-102. Okay, Glückwunsch. Ähm, was müssen wir hier rein? Ein Swimmingpool! Der größte R2 von Sonic. Aber trotzdem cool. Hätte ich auch gerne, wenn ich so ein Luftschiff hätte. Also, wenn mir jemand so ein Luftschiff spendieren will. Also, ich hätte nichts gegen... Gehen wir mal hier rein. Oh. Okay. Okay. Okay, dann suchen wir eben jetzt einen Schalter auf der Brücke. Okay. Gehen wir mal einfach hier rein. Das sieht mir doch mal nach, ähm... Das sieht mir nach Ausgang aus. Ähm, was haben wir denn hier noch? Okay. Ich werde jetzt nichts anderes übrig, als scheinbar diesen Gang zu wählen. Und tschüss. Und das sieht mir noch nach Schiff aus. Wer bedient die Hebel? Cool. Und eine Feuervorrichtung würde ich auch haben. Ähm... Juhu. Und rum 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 rum. Aha, da ist ein Schalter. Was der wohl gut ist? Also, so ein riesen Schalter... Für einen Transform des Schiffes. Okay. Der Notzustand ist aufgehoben. Okay. Na gut. Wo sind wir denn hier gelandet? Uh. Okay, wir suchen jetzt mal Eggman. Oh, da ist er ja. Da sehen wir ihn. Haha. Und ich fall runter. Oh nein! Nicht wieder! Chaos! Oh Gott, es sieht so hässlich aus. Oh Gott, es sieht so hässlich aus. Haha. Oh ja! Attack, Sonic! Jetzt! Froggy? Froggy? Froggy! In dem... If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me! Oh nein! Das wird lustig, wenn wir mit Big Vadim sind. Das kann ich euch versichern. Vor allem weil Bigger die beste Mission von allen hat. Ich habe sogar Chaos' Missing Tale gefunden gefunden. Du wirst nicht weg mit dem, du verdammte Mann! Ich werde! Nein! Du wirst nicht für Chaos! Auch wenn er noch nicht perfekt ist. Okay, Chaos! Destroy sie alle! Immediately! Oh nein! Chaos! Du siehst wirklich hässlich aus! Chaos! Six! Oh. Ja, ich muss aber glauben. Du wirst doch diese Eis-Typen da hin. Zack. Und noch ein Treffer. Er hat nur noch die Hälfte seiner Energie. Ja, da hat er einen gejobbt. Und noch ein Treffer. Mist. Ui. Ähm. Wow. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Wow. Das ist aber ganz schön gut gelaufen. So. Das, was da in der Mitte war, das sah doch aus wie so ein Chaos Emerald Schrein. In dem. Da hab ich grad gehört. So. Jetzt brauch ich noch einen. Gib mal einen her. Egal. Nein. Lass mich in Ruhe. Wow. Und das fernab von dem. Ja. Das sind welche. Und wir haben jetzt ein paar Eisdinge und Friss. Und das war's. Na. Da war dein Chaos wohl nichts mehr. Hey. Ich will mit dir ein paar Mal spielen. Jopp. Den Chaos ist für den Eimer. Für den Eimer. Müll, Bio, Wassertonne. Na. Oh. Knuckles. Was suchst du denn hier? Ja. Hey. Knuckles. Ich bin glücklich, dass du es endlich geschafft hast. Ich dachte, dass du dich verloren hast. Oder was. Zunächst sind wir jetzt noch nicht. Sonic. Stopp. Komm zurück hier. Okay. Okay. Dafür voll. Eggman. Die Mystic Greens. Okay. Es waren die über den Mystic Greens schon wieder. Oh. Wow. Wow. Oh. Flatsch. Ich liebe Eggman. Wo ist das? Oh. Was geht ab? Hm. Es sieht mir aus, als wäre das jetzt offen. So weit so gut. Hm. Hm. Das Licht. Ich denke, dass es mich etwas zeigt. Das ist gut. Das ist gut. Ist okay. Ho. Dann werden wir mal da hoch gehen. Okay. Okay, wir gehen schon mal davor. Bicke ist jetzt spielbereit. Ja. Bevor ich jetzt hier eintreten werde, werde ich erstmal einen Cut setzen. Weil ich weiß, dass jetzt folgt ein Level, was ziemlich lang ist. Also dann Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. See ya!